jetzt hat es war jetzt hat sie was machen der kick klang ziemlich komisch nicht ich glaube als der Weg dass sie dir oder so vielleicht ist es kein Weg da ich hab da ist welcher der Karte und der Scherz der Herkunft auch ab Alter, was hat das? Das hat irgendwie so ein bisschen an mein Ohr gedreht. Ja, hat das. Krass. Warte. Ich brauche irgendwas. Ich halte mal mein Mikrofon an die Tür, der wächst einmal Chris in die Tür hauen. Ich hoffe, dass meine Mutter es nicht hört. Das warst du eben oder sowas? Ah, jetzt. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ups, ich bin über irgendwas gerollt. Hoffentlich war es kein Kabel oder so. Warte mal. Das ist nicht gut, weil hier ganz viele Sachen sind, die sich befähigen. Äh, womit könnte man einen guten Quick-Sound machen? Scheiße, womit? 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 Das ist nicht einfach auf meinen Tisch drauf klatschen. Ich will das jetzt nochmal. Ach, so ist es wahrscheinlich gut. Bin gespannt. Jetzt müssen wir eine Quote überlegen. Das ist Benni und GGS. Na, Spaß. Da müssen wir auf Englisch sprechen, weil es da auf Englisch ist, teilweise. Man müsste doch irgendwie, keine Ahnung, mehr hätten es so so. Äh, genau, ich hab mir die Idee. Und das war ein guter Bass-Pitch von dir gerade. Das ist, äh, das, äh, okay, äh, apropos, lass uns die Pitches nochmal machen. Einfach so, ah, okay, dann mach ich so, ah, oder dann wieder so ein Bass, hm, haben wir schon, äh, wären wir schon ein paar Sachen. Ja, dann, die sind aber jetzt ohne Video und so. Einfach nur noch malen machen. Mach einfach schnell einen Bass-Pitch. Nachdem du fertig mit Schreiben bist. Ja, ich schreibe gerade mit Mädchen. Okay, jetzt mach einfach schnell einen Bass-Pitch. Ah, nein. Mach den ersten nochmal, weil er da hat's geleckt. Hm. Ah, gut. Kann man nicht die Wiese-Handy auf Dauer, auf Dauer, auf Dauer, auf Dauer, äh, wie wir ihn einstellen? Das wär echt ein guter Sample. Äh, guter langer Piss-äh, Bass-Sample. Kann ich mich durchhalten? Ah, ja, ich hab' jetzt, ich warte, dass es, äh, bis der Quilete und weg ist, so. Hier, es gelingt. Ah, jetzt. So, was fehlt noch, reicht nicht immer noch die Quote oder Badness-Ersatz hier und was. Ich hab' euch, hätte schon die Idee. Mach mal, er ist eigentlich aber. Benni, und du, und du schreibst, ich sag' Benni, du sagst auch deinen Namen, Benni. Benni. Nein, nicht so, bäh. So, Benni. Benni. So. Okay, Quote. Gruß. Das ist GGS and Benni, keine Ahnung. Äh. Äh. Was hast du, was hast du für Nidie? Was hast du für Nidie? Warte, ich kann's da alles ausprobieren. Das ist GGS and Benni. Ja, mit allzukehren. Wollen wir noch vielleicht noch irgendwas anderes? Das könnte so sein, der zweite Chorus, der danach nach Madness so so kommt. Hat er, hat er wirklich versucht, ein Geschenk zu klauen? Hm, das ist schon die Hauptquote gewesen, denke ich. Ja, lass uns noch eine weitere finden, wir uns zum Sichergehen. There is a pink pony! Der ist jetzt? Oder there is a blue pink pony. Hm, vielleicht nehme ich das als zweiter Chorus nach Madness deine Stimme. Weil der ist ein pink pony. Okay. Und der Haupt ist dann halt das, was wir gerade gesagt haben. Okay. Bye, bye!